hallo heute habe ich euch die restlichen eco blister mitgebracht die beiden die haben wir noch nie ausgetütet das sind insgesamt vier stück glaube ich die kosten jeweils 5,99 da man vier büßchen bei mit jeweils sechs karten eine limitierte karte und das sind die neuen karten der lego jurassic world serie nummer drei brandneu rausgekommen und die werde ich heute mit euch auspacken zwei habe ich schon ausgepackt da gibt es schon video online könnt ihr euch gerne angucken und der starter pack hat die auch schon veröffentlicht also gerne mal angucken falls ihr interesse an diesen karten hat so dann packen wir aus dem gibt es auch wieder eine papiertüte also da liegt immer alles so lose drin hat man hier auch immer so eine pappe bei ja eigentlich kann man das auch kleiner gestalten ich weiß nicht warum das riesen ding sein muss so vier büßchen haben wir dabei und einmal die limitierte karte das ist einmal die le 10 charlie haben wir dabei das sind die vier velociraptoren ups kann ich auch mal die andere seite zeigen aber da verweise ich auf meine anderen videos dann wollen wir die vier schon auspacken das ist auch so spielkarten sind das auch wieder da gibt es auch so ein spielfeld weil guckt einfach mein mein starter pack video an so die 184 haben wir hier dann hier wieder so ein puzzelteil das sieht schon cool aus die 217 dann die 234 kleinen dino da haben wir auch mal auch eine extra karte bei diese glitzert oder irgendwas die 15 haben wir auch noch so hier haben wir die besondere karte cool diesen karte oder wieder ausgesprochen wird große flugsaurier die 70 ist das aber schon cool gemacht so und die packen hier extra hin noch eine spielanleitung natürlich auch dabei noch einmal umdrehen habe ich auch noch nicht mal durchgelesen die ganze spielanleitung auch von den jahr und ich habe mich auch momentan nicht so viele andere sachen zu tun aber wir können ja auch noch mal drauf gucken in jedem 25 booster gibt es eine platinkarte also gibt es auch wieder vier platinkarten dabei man soll ja fleißig sammeln weil wir am wertvollsten sein machen wir den nächsten 160 ist das haben wir die 135 249 die 36 der ist auch cool 116 den habe ich leider nur einmal das set war so teuer ich hätte ihn gerne öfter gehabt man will ja so eine herde haben weiß ich nicht ob ich die immer noch kriege oder ob der noch mal rauskommt das wäre ja cool 119 und dann die besondere karte ein klein an kulisaurus die 39 sieht auch cool aus ich finde diese serie ein bisschen besser von jurassic gold die anderen dann immer so ein bisschen langweilig aus aber die sind schön designt so die dritte des ersten echo multipacks achso das ist die besondere haben wir das gesehen das sah gut aus glaube ich die 166 da haben wir noch mal den gallinimus die 38 in diesem neon style finde ich ganz cool fand ich bei den jago auch ganz toll da haben wir die 226 die 84 in dominos rex hier die 4 achso ach was doch nicht ach das sah erst so silbernd aus aber schade aber ist auch eine coole karte die 130 haben wir hier und einmal die 54 ach ich dachte die wir das war die platin weil die so silbernd waren ach die ist auch cool das ist ja so da gibt es so zwei teile ne die kommt auch hier extra so die letzte in der ersten packung die andere aus so die 144 haben wir auch schon mal aber noch nicht so viel doppelt das sieht schon gut aus 167 da kommt auch noch ein video wo ich die in den ordner einhefte dass wir dann sehen welche ich schon habels 232 das ist 99 indoraptor auch noch mal indoraptor die 18 und die 16 den quietscher dingsa bumsa quietschi so das sind erstmal die das war der erste ecco multipack mit 24 karten plus limitierte so und jetzt packen wir die nächste aus die letzte das hier oh da kommen wir die schon entgegen da haben wir die besondere einmal die alle 12 der blue einmal und abdrossiraptor ganz cool so der kommt auf den stapel und dann packen wir die kleinen Fischchen nochmal aus oh das ist auch Sonntag das sieht auch cool aus das ist die 219 ist das und teile ach hier ist auch irgendwie ein Teil nicht so viel die 194 da haben wir die 106 wo sind hier zwei besondere bei die 119 na die hatten wir doch eben schon das 108 ein zweiter Teil bei ja nix ich habe auch momentan immer nur rechte Teile oh da bin ich mal gespannt na welche haben wir hier oh seht ihr das Platin Edition 251 T-Rex sieht schon cool aus sieht schon komisch aus die Mundhaltung oder ja aber hier der Hintergrund glitzert schon das reicht mega schon ach die ist cool erste Platin äh wie habe ich denn schon ausgepackt ich habe 4 8 16 ne unter 25 bin ich noch und da haben wir schon die erste Platinkarte dabei cool das finde ich schon mal cool so die kommen wir mal hier dann packen wir schon mal hier heilig weg oh da bin ich mal gespannt das ist ja cool in diesen Dingsgläsern ein Dings bei ach so hier so dann haben wir die 188 ach so das war auch noch eine besondere hier so die 183 Henry Wu oh cool ein Teil die 206 ist das 52 noch und die hatten wir doch eben auch schon gehabt ah 160 nehmen wir auch schon doppelt ah cool Delta haben wir noch die 60 oh die sieht geil aus mal überlegen ich finde die sind ja schon fast besser als diese Platinkarten würde ich schon sagen so jups dann die zweitletzte für heute oh wir sind schon fast bei 9 Minuten uh 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 also ein langes Video heute so da haben wir die das sind die 225 ist das auch so ein Teilepuzzle dann die 247 dann die 247 auch wieder ein Teil 212 ach das ist doch so ein bisschen angeraut so die 84 den hatten wir doch eben auch schon gehabt 122 ah das ist eine neue Kombi ganz cool der fehlt mir noch aber da warte ich noch dass er günstiger wird in Dominos Rex haben wir auch jetzt in dunkel die letzte dunkel Neon Neon war ja das andere 30 die Nummer 30 so richtig gut mit 6 Karten die letzten 6 Karten 5 Karten und eine besondere Karte dabei die 91 und das ist Neon Rionics der ist auch cool oh nochmal Pyroraptor die 17 die haben wir auch in Neon dabei 186 ja den hatten wir glaube ich eben oder 99 Indoraptor den hatten wir auch schon eben dabei gehabt die 15 hatten wir den lass mal gucken und die besondere die letzte Karte für heute den T-Rex nochmal die 55 so ich hoffe euch hat das Video gefallen da kommen noch ein paar Kartenvideos und ich habe meine erste Platinkarte beim dritten Video so noch einen schönen Tag Tschüss